recht herzlich willkommen zur 135 folge von simo tranz ja stadt wächst und gedeiht wie man sieht wunderbar und wo ich letztens die folge hier kontrolliert habe mit dem video und ich dann diese vielen busse hier oben gesehen habe die da lang fahren oder wo waren sie hier vorne irgendwo da habe ich doch gedacht macht es nicht sinn diese vielen busse durch eine bahn austauschen und da kommt noch einer das macht doch sinn dass wir da mal eine eisenbahn bauen glaube oder so jetzt müssen wir mal schauen wie das hier aussieht wo ist denn die beste strecke wir müssen hier definitiv hoch nach da oben könnte man parallel zur straße was bauen oder vielleicht sinn machen aber hier ist es gerade schlecht können diese nase herausnehmen ich würde sie hier anschließen wollen die bahn soll und dann hier rüberfahren und dann hier weiter vielleicht noch da ist es lauter dann hier irgendwo rauskommende und da anschließend denke würde sinn machen ja vielleicht machen wir das hier da unten schon gut so hier so rein mit der bahn kommen diese etage muss noch mal hoch können sogar da lang und hier nochmal dann zwei halte machen würde auch gehen da ist nochmal nochmal genau überlegen wir das machen und dieses hier hier ja weiß nicht wie wir fahren denn hier runter zu also hier würde ich ja auch noch gerne den bahnhof mitnehmen lass uns mal anfangen damit erstmal legen wir gleise 160 den wir machen wir hier so 1 2 3 4 5 6 das reicht dann denke ich mir hier runter ist schon ok machen wir schon mal das stück so und fahren dann hier rüber und überlegen dann uns wo wir hier lang fahren ich glaube wir machen das hier das war hier lang kommen das passt schon soweit und ziehen die linie hier einfach um hier gibt es dann den nächsten bahnhof im endeffekt so jetzt ist nur die frage ob das die richtige seite ist aber wir fahren erst mal so weit wie möglich und gucken erst mal das passt alles soweit so hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger weil hier der hobbel so schlecht ist das heißt wir müssen da was weg baggern runter und zwar damit wir da hochkommen dann kommen wir da wieder hoch so dann wieder dahin so machen wir das und dann da hoch und dann gucken wir wo wir da rauskommen ja geht da fahren dann bis hier hier rüber weiß nicht wir können diese straße mal umpflegen das auto und machen die straße hier einfach geradeaus da dran passt und dieses stück nehmen wir weg und da nicht sondern da und das ist jetzt die frage ob wir das weg dürfen ne ja dürfen wir weg und dann nehmen wir unser 160er gleis wieder hierher und machen das hier so dran fast erst mal so dann schauen wir dass wir hier irgendwie runter kommen glaube hier erhöhen wir mal gerade diese ecke hier und fahren da um die kurve rum also so 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 und dahin und da dank oder ist auch eine gute sache oder so dann kann man hier weiter wo kommen wir da raus da haben sein so und hier fahren wir wohin gute frage ne ja ich glaube wir machen da den zuppel da weg und dann gehen weg und fahren darunter so und kommen dann hier so hin und hier weiter so Dann machen wir hier den Bahnhof hin, oder? Aber das Örtchen hier ist ja noch ein bisschen größer, ne? Könnte man ja eigentlich hier die Bahn noch ein bisschen weiter durchziehen. Was geht die denn da? Hier ist eine Bushaltestelle, deswegen geht das nicht. Dann müssen wir das nochmal ändern. Ja, da müssen wir was wegnehmen. Nein, das ist das Falsche. Hier ziehen wir mal gerade noch die Linie durch. Das ist jetzt hier unser Weg. Hier hinten gibt es noch den alles entscheidenden Bahnhof dann ans Ende. So ist es. Gut. Und hier verbinden wir jetzt mit dem da. So, ne? So ist gut. Das machen wir noch weg. Ne, da machen wir Lockschuppen hin. Ganz einfach. Ja, einer ist zu lang. Lockschuppen kommt da hin. Dann muss er doch noch ein Stück länger hin, oder wie? Was will der von mir? Mit einem fassenden Typ gebaut werden. Ach, alles klar. Jetzt haben wir es, ne? Falsches Depot genommen hier für die Straße. Den machen wir noch weg. Und da kommt die Straße noch durchgezogen. So, jetzt haben wir es auch wieder richtig. So, Bahnsteig brauchen wir dann noch. Ja, ich glaube, das können wir zumachen. Sonst brauchen wir sowieso noch einen falschen Bahnsteig. Und hier nehmen wir die Personenbeförderung dann auf. Hier oben fängt es an, ne? 2, 4, 5 ist doch schon mal eine Größe, oder? So, wo kommt er noch lang? Hier kommt er noch lang. Hier, 5. Passt. Und hier hat er auch nochmal die Möglichkeit. Aber das machen wir nicht. Den lassen wir weg. So, hier haben wir noch einen. 5. Und hier oben machen wir auch noch einen hin. 5. Dann noch da. Hier hatten wir gesagt, kommt auch noch einer hin. Der, der allerdings noch nicht der richtige ist. 1, 2, 3, 4, 5. So, passt erstmal. So, dann brauchen wir einen Zug. Dann schicken wir erstmal durch die Gegend, ne? Okay, da wird keiner hin. Ich wollte auch nur das Fenster hier schließen. Auf zum Depot. Das können wir, glaube ich, zumachen erstmal. Hier holen wir mal jetzt einen Zug-Triebwagen mäßig raus, oder? Was haben wir denn hier so für schöne Sachen? Oh, jetzt hab ich den auch schon gleich ausgewählt, ne? Das wollte ich natürlich nicht so sehr, aber ist jetzt so. Ne, das machen wir nicht. Zack. Den verkaufen wir gleich. So, jetzt nochmal. Ja. Hier ist dieses, den haben wir schon auf anderen Strecken, oder war das der? Schweinetaxi. Wie viel hat der denn, Passagierer? 52. Hm. Warte mal, das ist ja hier viel zu stark, ne? 104 könnte er, 97 fährt dann, oder? Es ist nur noch für zwei ausgelegt. Okay, dann machen wir das so. Äh, der kriegt einen Fahrplan. Und zwar startet er hier. Hält dann hier an. Dann da. Ja, doch, das war hier. Hält da an. Dann hier noch ein. Und dann gibt's eine Rückfahrkarte. Passt dann. Das ist eine neue Linie. Und ja, die heißt jetzt. Vier Städte Bahn. Und Schuss. Ich weiß jetzt nicht, ob das die neue Linie ist. Jetzt ist es die neue Linie wahrscheinlich. Okay. Vier Städte Bahn. Und den starten wir schon mal. Und. Jetzt haben wir das, glaube ich, falsch gemacht. Können wir sein, oder nicht? So einen. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken. Ne, das Depot müssen wir erst außen vorlassen. Wir müssen ja erst mal ein paar Ausweichen haben. Die haben wir nämlich noch nicht gemacht dann. Wenn wir mehrere schicken. Gut, fangen wir nochmal an. Er fährt ja auf jeden Fall schon mal da lang. Das ist schon mal schön. Und. Er kriegt hier. Mal mal eine Ausweiche. Da auch. Da gibt es auch eine. Hier war die Haltestelle, ne? Wollte eigentlich so das haben. Machen wir jetzt auch nochmal. Das ist schön weg. Das haben wir dann auch. Dann machen wir hier nochmal. Eine Ausweiche. Und hier unten geht auch nochmal eine. Und. Da fehlt ein Stück sehe ich gerade. Club Card. Da gibt es auch eine. Da haben wir eine. Und. Hier können wir auch noch eine machen. Na komm schon. Ach, da ist schon der Bahndamm. Okay, dann geht das natürlich nicht. Dann. Machen wir das Stück weg. Nicht schick, aber selten, ne? Jetzt ein paar Signale dahin gezaubert. So, das ist richtig. Passt auch. Ne, da war schon so. Passt. 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 Dann haben wir hier unten wieder einer. Passt. Passt. Hier nochmal. Passt. Passt. Und hier war auch nochmal einer. So, läuft. Ja, dann können wir hier weitermachen. Vier Städte kriegt das. Ja, hat nicht funktioniert, weil. Oder doch. Warte mal. Doch. Da ist es. Starten. Vier Städtebahn hat er jetzt hier oben. Starten. Und. Einer geht noch. Vier Städtebahn. Starten. So läuft. Irgendwann haben die sich sowieso gegenseitig hier. Ausgebootet, ne? Und der eine ist ja schon weg. Der fährt da rein. Der müsste jetzt hier halten. Und der nächste darf gar nicht rausfahren, oder? Genau. Der erste muss schon durch sein. Wo ist denn der? Ne. Der ist noch nicht durch, oder ist der schon so schnell gewesen? Ne, ist er nicht. Doch. Da ist er. Krass, oder? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so schnell unterwegs ist. Er hat auch schon 14 Passagiere dabei. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir was ändern. Einseitiger Bahnsteig hier. Aber eigentlich. Oh, da hat er schon 63. Passt schon, ne? Ja, läuft erst mal. Ja, jetzt müssen wir hier unten nochmal gucken, wo der ist. Der fährt schon da lang. Hat schon 104 Fahrgäste drin. Läuft, ne? Der kommt da auch schon raus. Mal gucken, wie viel der schon hat. Der hat 0. Okay. Mal gucken, dass wir die Busse noch runterschmeißen. Aber das machen wir dann, denke ich, mal in der nächsten Folge. Dass dann die Bahn effektiver wird. Und gucken, da oben bei Floto müssen wir noch den Bahnsteig auf jeden Fall anschließen. Dass wir das da richtig machen. Sonst fährt keiner noch Floto. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir das erst. Die machen wir alle weg. Die fahren im Endeffekt alle hintereinander her, das ist klar. Aber nicht schlimm eigentlich einfach aus dem Grunde, weil, ne? Die in den Ausweichen sicher den Abstand halten. Der ist jetzt gleich. Kann er schon durch? Ich glaube nicht, ne? Doch, er hat schon Grün. Mal gucken, er fährt jetzt in den nächsten Bahnhof hier ein. 82 Versichere dabei. Und fährt mit 79 weiter. Ups. Ah, da steht er und wartet schon vor Rückweg. Mal gucken, wie viel er hat. 63 läuft. Gut. So, würde ich aber sagen, lassen wir erst so. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Auch... Tschüss.